Diese Blumen, das ist ja wunderschön, die Azaleen da, hier gibt es auch Gemüse, ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist Rote Beete, das ist Fenchel, die Sonnenblumen, hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen beim 24. Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die mir gemütlich im gastlichen Haus verliebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländern herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017